Die Schülermodelle sind jetzt neu erschienen, das Design wurde optimiert und verändert. Da wäre zu nennen die Rosette, ein schlankerer Kopf und neue Mechaniken. Generell haben diese Gitarren alle eine massive Fichtendecke und einen Mahagoni-Korpus. Beseitet sind diese Instrumente immer mit Hanna Bach 600er Saiten. Im gehobenen Anfängerbereich haben wir hier ein tolles Instrument mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Schülermodelle Die Schülermodelle Die Schülermodelle Die Schülermodelle